Und erneut ist ein Unternehmen pleite, Who's Perfect, wer es kennt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, Möbelanbieter, der muss nämlich jetzt in die Insolvenz gehen. Und das ist ja nur klar, man muss sich überlegen, wer kann denn finanziell in der aktuellen Situation groß neue Möbel kaufen oder ähnliches. So, dann sehen wir das nämlich hier im Fokus, Münchner Möbelanbieter Who's Perfect muss nach rund 27 Jahren Insolvenz anmelden. Ja, die haben wohl schlecht gewirtschaftet, würden böse Zungen sagen. Es ist schon wirklich erschreckend. Eigenen Angaben zufolge sind aktuell nur noch 14 Filialen übrig, heißt es hier. Und die Gehälter der 250 Angestellten sind den Infos der Wirtschaftswoche zufolge durch das Insolvenzgeld für die nächsten Monate ebenfalls sicher, heißt es hier. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Und wenn wir uns die Webseite dazu angucken, bei mir war Who's Perfect so bewusst nicht bekannt, gibt es hier verschiedene Sachen. Wir gucken jetzt einfach mal hier Polstermöbel, so ein Ecksofa, so was Schönes. Joa, da sieht man schon, welche Preisklientel hier angesprochen wird. 2.500 für ein großes Ecksofa oder direkt mal 7.000 oder direkt mal 3.000 irgendwas. Das sind halt schon Preise, die muss man sich leisten können und auch wollen. Alter Schwede, 11.000 Euro für eine Couch. Also irgendwie läuft bei mir was schief. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber ihr könnt ja eure Meinung mal unten reinschreiben, was hat denn eure Couch gekostet. Wir gucken bei den Tischen und Stühlen auch mal bei. Hier Holztische zu den Produkten, zack. Und da unten haben wir, alter Schwede. Für vier Beine und eine Tischplatte 2.800 Euro. Ist ausverkauft. War wohl gut viel Nachfrage. Ja Leute, das ist krass. Aber nochmal, das bestätigt ja nur, was ich gerade anfangs gesagt habe. Wer soll das denn bezahlen? Wer soll das denn bezahlen? Ein kleiner Bistro-Tisch, würde er hier genannt, für 1.150 Euro. Das ist ja Wahnsinn. Also versteht mich nicht falsch, da steckt eine Arbeitsleistung drin. Da steckt Material drin. Aber ist das in Relation passend? Ab lese ich gerade sogar noch. 1.150. Okay. Schreibt eure Meinungen rein. Ich bin gespannt drauf. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.